Punkt 6 Uhr ist es, guten Morgen, liebe Zuschauer. Wir bleiben da für euch, also bleibt ihr für uns zu Hause. Diese Bitte, diesen Appell der Krankenschwestern und Pflegekrämpfte im Land, den haben wir jetzt sehr, sehr häufig gehört. Und der ist so wichtig. Sie gehen nämlich tapfer zur Arbeit und leisten gerade Außergewöhnliches. Wir haben eine Krankenschwester auf einer Corona-Station begleitet. Jeden Tag trifft sie auf das hoch ansteckende Coronavirus. Canan M. Can ist Krankenschwester auf der Infektionsstation im Universitätsklinikum Essen. Abstand zu infizierten Patienten kann sie nicht halten, weil die 31-Jährige helfen will. Die Gefahr der Ansteckung ist täglich da. Bekommt man da nicht Angst? Dann komme ich ja gar nicht weiter. Dann müsste ich ja jeden Tag mit den Gedanken zur Arbeit kommen. Okay, was passiert heute? Das bringt nichts. Dann ist der Arbeitsplatz falsch. Denn gerade jetzt sind Pflegekräfte so wichtig. Schutzkleidung und ausreichende Desinfektion gehören zum Alltag der Krankenschwester und werden dringend für die Menschen benötigt, die es wirklich brauchen. Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die erst mal keine Panik machen und dass die sich dann halt auch an die Sicherheitsmaßnahmen halten, also an die Hygienemaßnahmen halten. Janan M. Jan kümmert sich zusammen mit ihren Kollegen um derzeit vier Corona-Patienten. Sie sind abgeschottet von der Außenwelt. Besuch ist nicht erlaubt. Die Krankenschwestern können nur durch eine Sicherheitsschleuse zu ihnen. Für die Erkrankten sind die Pflegekräfte der einzige menschliche Kontakt. Wir haben dann auch nicht zu viele Menschen hier auf dem Flur laufen, sodass wir uns dann auch wirklich Zeit für unsere Patienten nehmen können durch die Gespräche. Krankenschwestern wie Janan M. Jan leisten derzeit Außergewöhnliches. Sie helfen den Erkrankten und beruhigen ihre Familien. Obwohl sie das schon vor dem Ausbruch von Corona getan haben, steigt erst jetzt die Anerkennung. Also ich finde, alle Pflegekräfte sowie Ärzte leisten einen super Job. Deswegen ist es umso wichtiger, dass die auch gesund bleiben und sich schützen. Gerade jetzt in so einem Krisenfall, da ist die Wertschätzung erst da. Eigentlich schade, weil die Leute arbeiten echt viel und leisten hier super Arbeit. Ich denke, die Anerkennung fehlt an vielen Seiten und die arbeiten nur mal an vorderster Front. Genau diese Motivation ist für die Pflegekräfte in dieser ungewöhnlichen Situation besonders wichtig. Das ist schön, das freut einen. Vor allem halt wir, die Pflegekräfte, die dann wirklich an der Front quasi sind, dass wir dann auch sowas mitbekommen. Damit Ärzte, Pfleger und Krankenschwestern jetzt nicht noch über ihr Limit kommen, sollten wir sie so gut es geht unterstützen.